Das ist auch mein Zonko-Ombitier, weil es nicht so weit ist, dass es über 25 Grad Celsius gibt. Mittlerweile haben vielleicht auch alle schon den berühmtesten Bündchen im Becken entdeckt. Der ist relativ klein, blau unter vergelten Schwanzklasse und ist den meisten wahrscheinlich aus dem Film für den Memo als Dori bekannt. Allerdings heißt Dori hier im Becken natürlich nicht Dori, sondern praktisch Doktorfisch. Und wie alle Doktorfische hat sie diesen Namen, weil sie an ihrer Schwanzwurzel zwei scharfe Staffeln hat. Und die sollen natürlich so scharf sein, wie das ganz Fell eines hier wurden. The most famous fish...